Hallo erstmal. Hallo, wir sind wieder da. Wir sind noch zu Hause im Proberaum heute hier. Wir müssen uns gut drauf vorbereiten auf den heutigen Gig. Erstmal warm machen. Ja. Und zwar? So. Ganz klassisch. Minderung und FIFA. Gleichzeitig sind wir auch Kommentatoren. Und die Bremer fangen an. Ja. Da ist das Ding. So. Verloren, du Affe. Es geht los. Wir sind heute nur zwei. Obwohl, das stimmt, wir haben gelogen. Wir sind zu dritt. Hast du etwa Refrain vergessen? Also quasi alle da, ja. Moment. Du kannst doch nicht Refrain vergessen. Ey, der knutscht ja auch hier ein bisschen mit der Scheibe rum. So, wir sind da. Ja, wir sind da. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen über die Straße kommen. Oh, jetzt aber schnell. Spannung. Wie geht es dir? Und dir? Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bier gar nicht aufkriegt? Marc, habt ihr meinen Trotter? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich habe mein Bier noch nie gar nicht aufgekriegt. Aber nur fast gar nicht. Na, sag dir noch. Na, was bringt ihr so Schönes mit? Ein Zepter. Ja. Also da steht drin, vergleichbar mit Tiefloch. cow easten. Unawivan. Alles. Alles. Alle. Alle. raph Johns. Wir sind hier im Beule. Back stage? Da ist er wieder. Bad Hair Party ist hier. Das ist das Haar von Batman. Untertitelung des ZDF für funk, 2017